...der Grabenau-Bahn mit seiner Firma Erdenbrüder-Karoff, der sich als Tiefbordwürfen für amerikanische Fahrzeuge im Hansel-Tedig... ...und die Fahrzeuge im Hansel-Tedig mit drei Kilometer von 20 Kilometern aufgrund der Kraft. Aber guck ich mir mal an, was es zu viel ist, aber es ist noch viel Folge abnehmen können. ...und eine Semperin und für Stefan Ahndlitz eine Siebenerzeit, eine Sieben. Hier ist ein Great Day! ...und Ekelkrecht konnte sich nicht mit der Strecke anstreuten, ...und der Fahrt vom Gas, nur eine 8,2 hat er mich gebracht. Stefan... ...das sieht gut aus bei Stefan Ahndlitz, das sieht richtig gut aus. Es wird eine 6 Sieben mit drei Sieben und Ekelkrehen ist es wieder eine Neunerzeit geworden, ...und aber diese Sieben, die benutzen alle fünf Gänge auf der Strecke der Strecke. ...und die beiden Kollegen auf der Strecke zusammenbringen, das ist der Top-Rollifier Robin Torrey. ...auf der Strecke jetzt also nicht... ...und die beiden Kollegen auf der Strecke zusammenbringen, das ist der Top-Rollifier Robin Torrey. Vielen Dank.